The Countdown is on. Das englische Abitur steht vor der Tür und egal ob Sie mündlich oder schriftlich sich vorbereiten wollen, wir unterstützen Sie sehr gerne. Im Training für den mündlichen Teil wollen wir vor allem Sprechsicherheit vermitteln und zeigen wie man ein Referat, eine Zusammenfassung oder seine persönliche Meinung strukturiert vorträgt. Dazu gibt es auch noch Präsentationstipps, die Ihnen helfen werden selbstbewusster und angstfrei zu sprechen. Das schriftliche Abitur umfasst mehrere Teile. Meist werden wir um Unterstützung bei der Composition angefragt. Auch die kann man sehr gut und sehr gezielt üben. Neben der Sprache vermitteln wir hier auch wieder Operatoren, Struktur im Textaufbau. Meine muttersprachlichen Kollegen und Kolleginnen kommen aus den USA, England und Australien und haben sich auf die Abiturvorbereitung spezialisiert. Es ist ein intensives und effizientes Lernen, das aber auch noch Spaß macht. Ob unser Unterricht für dich, für Sie passt, finden Sie am besten heraus, wenn Sie eine Stunde über unsere Seite trainenglisch.de oder auch am Telefon buchen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann können Sie danach Pakete von 15 oder mehr Stunden buchen. Testen Sie uns, denn ein englisches Sprichwort sagt Melden Sie sich!